Dinge die euren Stream verschönern Part 1. Punkt 1 empfehle ich euch Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Dafür gebt einfach im YouTube Suche Lizenzfreie Musik ein und lasst sie leise im Hintergrund laufen. Das tut euren Stream verbessern. Tipp 2. Geht auf zwei verschiedene Websiten, entweder Stream ETs oder Tipi Stream und holt euch einen YouTube Counter, wo eure Abos im Live angezeigt werden. Das tut euren Stream nochmal deutlich verbessern. Tipp 3. Versucht euch ein Erkennungsmerkmal zu verschaffen. Tut zum Beispiel ein eigenes Overlay mit eurem Namendesign, was nicht schwer ist. Dafür könnt ihr euch einfach die App PixArt im Play Store oder App Store runterladen und euch einfach was Schönes designen. Tipp 4. Streamt das Spiel, was euch Spaß macht und nicht was im Hype ist. Weil wenn ihr was streamt, was euch nicht Spaß macht, merken die Zuschauer das. Also spielt das, worauf ihr Lust habt. Es ist egal, eure Zuschauer gucken euch trotzdem. Tipp 5. Tut einen animierten Chat einfügen. Das könnt ihr über euren PC mit OBS Studio machen. Dafür sucht einfach nur danach. Denn das könnt ihr nichtillas southern godtculos gostreuse. 20 Uhrbraun qualche, 22 Uhr. grande. 22 Uhr.